Ich habe es erfunden, das erste Automobil der Welt. Wir haben es erfunden, das erste Automobil. Ich bin Geschäftsmann und mein Hobby ist Rennwagen fahren. Hey Maybach, bauen wir mal einen Rennwagen und benennen es nach meiner Tochter, Mercedes. Ja okay, mach ich, aber warte mal. Karl, heißt deine Tochter nicht Mercedes? Ich weiß auch nicht, warum das alle denken, aber das stimmt gar nicht. Oh Mann, wir stehen kurz vor der Pleite. Wir haben eine Idee, wie wir die Welt verändern können. Lass uns zusammentun und die Daimler-Benz AG gründen. Aber sagen Sie mal, Herr Karl Benz, haben Sie den Gottlieb Daimler eigentlich im echten Leben überhaupt gekannt? Nee, aber ich bin eh kurz vorm Sterben, also mach das, was am besten für die weitere Entwicklung des Automobils ist.